Hallo zusammen, ich bin Nora von BuzzAcademy und heute in diesem Tutorial werden wir Artikel 26 und die Artikel Grasoper Verbindung herunterladen. Gestern haben wir Rhino heruntergeladen und danach können wir einfach unser Building System aufbauen. Jetzt machen wir wieder unser Webbrowser auf und tippen mir Artikel 26. Entweder abhängig von welchem Land ihr seid, könnt ihr die deutsche Version oder die Schweizer Version oder natürlich auch die internationale Version herunterladen. Hier klicke ich auf den ersten Link von IDC und jetzt kommt auch Artikel. Klicke ich auf Artikel und ich möchte Artikel 26 herunterladen und hier sehen wir Artikel 26 für Mac. und für Windows. Ich bin noch immer mit einer Windows Maschine, also werde ich Artikel 26 herunterladen und natürlich das braucht ein bisschen Zeit, etwa zwei Minuten bis ich das heruntergeladen habe, aber danach mit einem Doppelklick kann ich diese Excel Datei installieren. Und wenn es fertig ist, dauert noch einige Sekunden, genau wenn es fertig ist, wie vorher erwähnt, mit einem Doppelklick kann ich diese Installation Datei aufmachen und unser Artikel 26 installieren. Es dauert auch einige Sekunden, aber jetzt kommt, ja, ich möchte installieren, also weiter und jetzt muss ich auch die Ditzelbestimmungen akzeptieren. Und jetzt muss ich geben, in welcher Folder möchte ich das installieren. Ich habe verschiedene Versionen, also die internationale und jetzt aus der Schweiz, also mache ich eine extra Folder mit einem CHE, damit dass ich weiß, das ist die Version von der Schweiz. Und ich fahre einfach weiter mit typisch, weiter und dann installieren. Diese Installation braucht natürlich einige Minuten und jetzt können wir ein bisschen warten, dass es alles installiert wird. Genau, wenn es abgeschlossen ist, dann, ja, ich möchte die Update Suche auch aktivieren und weiter, ist auf dem neuen Stand, perfekt, weiter und wieder weiter und dann fertig stellen. Wenn wir unser Fenster zumachen, dann sehen wir auch unser Artikel 26 neben 307 mit einem Doppelklick kann ich Artikel 26 aufmachen, einfach zu kontrollieren, ob es funktioniert, alles in Ordnung ist, dass wir für morgen bereit sind. Ich mache eine neue Datei, also klicke ich auf neu und damit erstelle ich einen Test. Ich habe mein Lizenz und ich kann speichern. Ich mache die Schweizer Vorlage auf und jetzt sind wir ready. Ich möchte helfen oder möchte Artikel nicht helfen. Ja, ich möchte helfen Artikel zu verbessern. Dann klicke ich auf ja und dann sage ich okay. Aber das ist natürlich von euch abhängig. Sure, why not? Okay, und jetzt sehen wir unser Artikel. Mache ich eine Decke einfach und dann aktiviere ich das 3D-Fenster, die allgemeine Perspektive. Genau, unsere Decke ist da, perfekt. Alles funktioniert. Und jetzt müssen wir nur unser Artikel Grashoferverbindung installieren. Und folgt das, gehe ich einfach zurück zu meinem Webbrowser und tippe ich Artikel Grashofer Live Connection. Und tippe ich auch IDC an und dann das erste ist algorithmisches Design. Öffne ich die Webseite und hier sieht man auch verschiedene Kurse, zum Beispiel von uns, die Grundlagen, Paramount und auch Vertiefung. Und natürlich haben wir auch Coaching-Möglichkeiten. Wenn ihr Probleme im Büro habt oder Fragen, dann sind wir auch bereit, euch zu helfen. Also hier lade ich einfach die Artikel 26 Verbindung herunter. Und wenn ich auf diesen Link klicke, dann kommt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich wieder für Windows oder für Mac. Ich bin noch immer mit einer Windows-Maschine, also lade ich einfach das herunter. Download. Und jetzt mit einem Doppelklick kann ich das aktivieren. Das weiß ich, alles akzeptieren. Und es ist wichtig, dass eure Artikel Grashoferverbindung in dem gleichen Folder installiert wie Artikel. Das ist super wichtig, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn es korrekt ist, dann klicken wir einfach auf Install. Und dann, das dauert nur einige Sekunden. Es ist ziemlich schnell. Und wenn es fertig ist, sagen wir Finish. Und jetzt machen wir unseren ersten Test. Nun seid ihr neugierig. Machen wir Rheino 7 auf zuerst. Und dann mit dieser grünen Icon machen wir einfach Grashofer auf. Ich werde alles Schritt für Schritt erklären. Was ist Rheino, wie das funktioniert. Die Benutzeroberfläche, auch gleich von Grashofer, wie das funktioniert. Funktioniert, was sind die Unterschiede. Was ist eigentlich gleich. Aber hier sehen wir so vor, dass wir haben einen neuen Bereich. Und mit diesem A haben wir alle Ikonen. Also diese Ikonen sind ziemlich familiär, ich denke, für alle. Weil sie kommen einfach aus Aricket. Und dann sehen wir diese Ikonen. Und jetzt müssen wir einfach einen Test machen, dass die Verbindung funktioniert. Damit wir morgen bereit sein, unseren ersten Punkt und die erste Stütze zu zeichnen. Also machen wir einfach... Aber zuerst müssen wir noch Aricket, Aricket 26 aufmachen. Ich doppelge auf die Ikonen, mache mir einfach neu, eine neue Datei. Dass es alles gleich ist. Und dass wir kein Projekt drin haben, machen wir eine neue Datei auf mit der Schweizer Vorlage. Und wenn wir diese Datei haben, dann können wir die Verbindung starten. Also wir haben schon Rhino, Aricket offen und auch Aricket. Und wie wir das normalerweise machen, also eine Seite auf der linken Seite machen wir einfach Aricket. Und auf der rechten Seite machen wir Rhino und Grasshopper. Aber das werde ich auch später noch erklären, wie das wirklich funktioniert. Wie können wir viel einfacher arbeiten. Aber natürlich ist empfehlenswert, mit zwei Bierschirmen zu arbeiten, ist viel einfacher. Gehen wir einfach auf Aricket und Start Connection. Und jetzt, wenn es dauert einige Sekunden, jetzt sehen wir, etwas hat passiert. Und wenn wir dieses grüne Rad sehen, dann sehen wir sofort, dass okay, die Verbindung sollte funktionieren. Ich habe einfach eine Komponente unter Design und Stütze, also den Column genommen. Das heißt Column. Wir können auch auf dem Canvas tippen und einfach Column schreiben. Und diese Komponente ist Orange. Ich werde alles später erklären, was ist Orange, was ist Rot und was ist Graus. Aber jetzt holen wir unter dem ersten Bereich einfach diese Post-it, diese gelbe Post-it. Und das heißt ein Panel. Und in diesem Panel schreibe ich einfach 0, 0, 0. Und werde ich mit diesem AP, also diesen Ankerpunkt, verbinden. Über alle diese Komponente werden wir in den nächsten Wochen sprechen. Also keine Sorge. Es ist nur für einen Test, dass alles funktioniert. Also den Ankerpunkt und sehen wir sofort etwas schon in Archicad. Also ich mache die Perspektive auf. Perfekt. Und jetzt sehen wir unsere Stütze in dem Ankerpunkt 0, 0, 0. Das bedeutet, dass unsere Verbindung, also Archicad-Rasopper-Verbindung funktioniert. Und wir sind ready. Also morgen können wir mit unserer Arbeit anfangen. So, da schauen wir Rhino an. Was ist Rhino? Was ist Potenzial? Was ist ein NURB? Und danach können wir unser Building System langsam aufbauen. Also wir sehen uns morgen. Ich hoffe, ihr seid neugierig und gespannt. Bis morgen. Tschüss. Merci. Ciao, ciao. Hallo zusammen und herzlich willkommen in unserem Building System Tutorials. Heute werden wir Archicad 26 herunterladen und auch die Archicad-Rasopper-Verbindung. Ich bin Nora von ASA-Academy und jetzt starten wir mit Archicad 26. Wir können einfach unsere Web-Browser aufmachen und tippen wir einfach Archicad 26. Natürlich abhängig in welchem Land ihr seid, könnt ihr die Schweizer Version, deutsche oder internationale Version herunterladen. Ich bin in der Schweiz, deshalb werde ich die Schweizer Version herunterladen, Frank auch danach. Und auf Mac haben wir zwei Optionen, Mac Intel und Mac ERM. Also unter About Mac können wir immer entscheiden, dass es Mac Intel oder Mac ERM ist. Ich lade einfach Mac Intel herunter, klicke auf Download und diese dauert natürlich einige Sekunden. Aber wenn wir diese Datei haben, können wir mit einem Doppelklick draufklicken und unser Archicad 26 installieren. Danach kommt dieses Fenster, Archicad 26 Installer, Doppelklick wieder drauf und können wir mit den Installationen anfangen. Genau, jetzt müssen wir unser Passwort noch eingeben, damit wir Zugang haben, Archicad 26 zu installieren. Und danach kommt das erste Fenster, machen wir einfach weiter, akzeptieren wir die Lizenzbestimmungen und installieren wir unsere Archicad. Das ist wichtig, in welcher Folder wir installieren möchten. Wenn ihr nur eine Version habt, das ist keine Frage, dann kommt automatisch. Aber wenn ich mehrere Versionen habe, zum Beispiel die internationale, dann werde ich eine zusätzliche Folder erstellen mit Archicad 26,CHE. Das ist, weil es die Schweizer Version ist. Sonst werde ich typisch installieren und mache ich einfach installieren. Und dieser Prozess dauert mehrere Minuten. Da müssen wir einfach warten. Und wenn es fertig ist, dann können wir einfach auf weiter, nochmals weiter und unser Archicad 26 fertigstellen. Jetzt werde ich Archicad 26 aufmachen, damit wir kontrollieren können, dass es funktioniert und alles in Ordnung ist. Also mache ich die Datei auf und erstelle ich einfach eine neue Datei. Mache ich das mit der Schweizer Vorlage neu. Und jetzt kommt unser Archicad. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ob ich die Nutzungsdaten mit Archicad teilen möchte oder nicht. Entweder klicken wir auf Ja oder Nein und mit einem OK können wir das bestätigen. Jetzt werde ich eine einfache Decke erstellen und die allgemeine Perspektive aktivieren. Und jetzt sehe ich, okay, ich habe meine Decke, also Archicad 26 funktioniert perfekt. Jetzt können wir die Verbindung installieren und danach einen kurzen Test machen. Also wenn unser Archicad funktioniert, dann machen wir wieder unsere Webbrowser auf und tippen wir einfach Archicad Grasshopper Connection. Die Webseite von IDC, wenn wir auf algorithmisches Design klicken, kommt ein Fenster. Und zum Beispiel hier sehen wir unsere Kurse mit Grundlagen, Paramount, Vertiefung und haben wir ein Modul. Das ist für Coaching, normalerweise das ist für Büros, für interne oder private Kursen, Schulungen und auch für Projekte, Prozesse zu optimieren und bessere Arbeitsläufe zu finden. Und natürlich in diesem Bereich machen wir auch Implementierung mit dieser Arbeitsmethode. Also wenn wir zurückgehen auf die erste Webseite, können wir Archicad 26 Grasshopper Connection herunterladen. Und hier wählen wir einfach Mac Download und wenn wir diese Datei haben mit einem Doppelklick, können wir wieder das aktivieren und die Installation starten. Dieser Prozess ist viel kürzer. Was wichtig ist, dass unsere Verbindung nach Grasshopper und auch nach Archicad suchen wird. Also wenn wir noch nicht in Rhino oder Grasshopper eingeloggt sind, dann müssen wir zuerst das machen, sonst können wir die Verbindung nicht installieren. Sonst können wir mit dem Prozess starten, einfach Next, ich akzeptiere genau und das ist wichtig, hier müssen wir die gleiche Folder benutzen, was wir für Archicad benutzt haben, sonst die Verbindung wird nicht funktionieren. In meinem Fall ist Archicad 26 CH wie bei Archicad das war und wenn es korrekt ist, dann können wir einfach auf Install klicken und das wird sofort installiert. Und danach können wir einfach einen kurzen Test machen, dass es funktioniert und dass wir ready sind für unser kleines Bildungssystem zu erstellen. Also jetzt mache ich einfach Rhino 7 auf, starte Rhino 7 und erstelle ich wieder ein neues Modell in Meta, das ist wichtig, weil wir müssen auch in Rhino und auch in Archicad die gleichen Einheiten benutzen. Mit diesem grünen Ikon klicke ich auf Grasshopper, ich mache die Datei auf und danach starte ich einfach Archicad 26, dass wir auch Rhino-Grasshopper und auch Archicad 26 haben. Wenn wir Archicad gestartet haben, können wir einfach, müssen wir ein bisschen warten, aber hier sehen wir zum Beispiel in Grasshopper diesen neuen Bereich für Archicad. Die Ikonen sind sehr familiär, eigentlich kommen aus Archicad. Vor allem werden wir in diesem Bereich für unser Bildungssystem arbeiten. Und wenn Archicad startet, dann können wir einfach ein neues Datei erstellen mit der Schweizer Vorlage und sage ich einfach neu. Und wenn die Datei geöffnet ist, in unserem Archicad-Bereich unter Design die Komponente Column nehmen, also es ist eigentlich die Stütze. Also unter Design Column und es ist immer eine Frage, benutzen wir Text oder Ikone. Ich würde euch empfehlen, immer Ikone zu benutzen, ist viel einfacher zu verstehen. Also ich lösche einfach diese Komponente und gehe einfach unter Display, Draw Icons. Das natürlich ändert sich automatisch, aber ich wollte einfach die Unterschiede euch zeigen, dass es klar ist. Und jetzt sehen wir unsere Stütze mit dieser Ikone in der Komponente und viel einfacher zu verstehen, worüber das geht. Und jetzt können wir, wenn wir diese Komponente haben, unter Archicad einfach die Archicad Connection Palette aufmachen und mit der Click Start Connection die Verbindung zwischen Archicad und Grasshopper starten. Jetzt haben wir gesehen, dass unsere Komponente ist nicht mehr rot, sondern ist orange. Über diese Farbe werden wir natürlich später sprechen, was das bedeutet und worauf muss man achten. Also wenn wir diese Komponente studieren, sieht man, es gibt vier Inputs. Die werden auch später tiefer erklären, wie die sind. Heute machen wir nur einen kurzen Test, dass es funktioniert. Also deshalb mache ich auch ein Panel. Das können wir auch auf dem Canvas oder unter Params, Input und diese gelbe Post-it, können wir einfach etwas schreiben. Ich mache einen Doppelklick in diesem Panel mit 0,0,0. Einfach aufpassen, dass es nur, also das wird kein Enter geben. Und diese Panel können wir mit AP Input, also Anchorpunkt verbinden. Und wenn wir in Archicad ein bisschen besser reinzoomen, dann sehen wir sofort, haben wir da eine Stütze. Und wenn ich jetzt die allgemeine Perspektive aktiviere, sehe ich meine Stütze, die eigentlich von Grasshopper erstellt wurde. Also das bedeutet, dass unsere Verbindung funktioniert. Wir sind ready für unsere Building System Tutorials. Ich werde jeden Tag etwa fünf Minuten für euch erklären, wie wir ein System erstellen können. Wir schauen ein einfaches Beispiel an, damit ihr diese Methode besser kennenlernen könnt. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten im Comments reinschreiben. Sonst sehen wir uns morgen. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.